Der Aufstand der Stipendiaten war erfolgreich. Sie haben ihren Wunschkandidaten, den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, als neuen Vorsitzenden der CDU-Nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS, durchgeboxt. Der Vorstand hat ihn nun einstimmig vorgeschlagen, am Freitag wird er gewählt. Parteichefin Angela Merkel steht inzwischen hinter der Personalie. Und die Vatikan-Botschafterin Annette Schawan, die sich viele wegen ihres Promotionsbetrugs partout nicht auf diesem Posten vorstellen konnten und wollten, hat verzichtet und mit dem Kapitel, wie sie versichert, definitiv abgeschlossen. Auf 651 Unterzeichner brachte es der öffentliche Basisappell an Merkel und den Stiftungsvorstand. Sie priesen den langjährigen Vize-Vorsitzenden als hervorragende, angemessene und vorbildliche Vertretung. Doch wo soll der mit solchem Vorschusslorbert Überhäufte anpacken, was erhoffen sich Stipendiaten und KAS-Mitarbeiter von ihrem Favoriten? Zunächst mal ein anderes Auftreten. Der Vorsitzende sollte nicht auf einem Thron sitzen und auf Huldigung warten, ist zu hören. Offenbar haben manche den bisherigen Stiftungsoberen Hans-Gerd Pöttering so empfunden. Man wünsche sich lebendigen Austausch und mehr Führung. Statt bloß zu repräsentieren und durch die Welt zu reisen, sollte der künftige Chef Funken sprühen lassen, Debatten vorantreiben, auch persönlich Stellung zu aktuellen Themen beziehen, Verlangen als Stipendiaten. Der Stiftung angemessen wäre es etwa, das christdemokratische Stärke her auszuarbeiten, finden nicht wenige. Was wollen wir, wohin geht die Reise, brisante Themen gebe es genug, von der Abschaffung der Wehrpflicht über die Energiewende bis zur Migrationspolitik. Und in solchen Fragen dürfe es, so die offenbar nicht ohne Grund erhobene Forderung, weder Angst vor dem Nachdenken noch vor dessen Ergebnissen geben. In der Vergangenheit habe sich die Stiftung zu wenig an den großen, gesellschaftlichen Debatten beteiligt, klagen auch Mitarbeiter. Die Bertelsmann Stiftung liefere zwar tendenziöse, aber viel diskutierte Studien. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung drehte engagierter auf. Man sei, zu selbst referenziell, bleibe unter sich, trotz oder gerade wegen des Riesennetzwerks, das wir haben. Viele Publikationen seien zu abgehoben, die Autoren immer die gleichen. Wir sind zu behelbig, da muss mehr kommen. Bei der Frage, woran das liege, verweisen Kritiker auch aufs Personal. Gerhard Wallers etwa, der die europäische und internationale Zusammenarbeit verantwortet, arbeite schon 27 Jahre für die Stiftung, habe sich aber nie groß in Afrika oder Asien umgetan. Melanie Piepenschneider, seit 26 Jahren dabei und für politische Bildung zuständig, richte den Blick aufgrund ihrer akademischen Biografie zu wenig über Europa hinaus. Ein echter Tink-Tank brauche weniger Behördenstruktur und mehr Querdenker mit neuen Ideen. Das betrifft auch den Vorstand und das derzeit 50-köpfige Mitglieder-Gremium. Die Spitze müsse verjungt werden, lautet eine vielfach gehörte Forderung. Es dürfe nicht primär darum gehen, den Großen der Partei dort Versorgungsposten bereit zu stellen. Engagierte Altstipendiaten, Publizisten und Wissenschaftler müssten den Kurs mitbestimmen dürfen.